...einen Trägen-Eindruck. Achtung! Mensch, alter! Das war echt. Zu früh gefreut. Wie bitte? Geh hin! Dann wollen wir mal! Geh her! Lass mich auf! Ja, zu spät! Zauber! Leg los, Rotten! Ich jetzt verlass! Allrechte! Ah, Geekness! Ja, zu viel Geld! Will ich abziehen? Dein Telefon. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Vielen Dank.